Bei einem E-Bike braucht man grundsätzlich keine speziellen Bremsen. Man kann darüber streiten, bei allem außer Rennrädern sollte aber heutzutage, denke ich, Stand der Technik sein, dass man eine Scheibenbremse hat. Das ist nicht zuletzt einfach ein Sicherheitskriterium, wenn du bei Nässe fährst, Felgenbremsen eine extrem schlechte Bremswirkung. Und da sollten Scheibenbremsen eigentlich zum guten Ton gehören. Bei einem E-Bike, wo man grundsätzlich durch den Akku und den Motor ein etwas höheres Gewicht hat, ist das natürlich auch wichtig. Aber letztendlich muss man sich das Gesamtgewicht anschauen, dass diese Bremsen bremsen müssen. Und wenn ich auf meinem Fahrrad sitze, dann bringe ich natürlich mit meinem Körper noch viel, viel mehr drauf, als das E-Bike an Zusatzgewicht durch seine E-Komponenten mitbringt. Das heißt, am Ende des Tages, das Systemgewicht ist durch den Menschen maßgeblich geprägt. Und da machen Scheibenbremsen einfach aus Sicherheits- und aus Komfort- oder Break-Performance-Gründen einfach Sinn. Aber ich würde jetzt nicht das auch nur aufs E-Bike reduzieren. Wobei beim E-Bike ist man ein bisschen schneller vielleicht im Schnitt unterwegs und mit einem etwas höheren Gewicht. Also da gilt dieses Argument definitiv. Aber auch bei jedem anderen Fahrrad ab einer gewissen Preisklasse sollten Scheibenbremsen dazugehören. Also wenn ich mir ein Cargo-Bike vorstelle, mit dem ich 300 Kilo Zusatzgewicht transportieren kann, das muss natürlich alles robust und stabil sein. Da möchte ich auch wirklich ordentliche Bremsen haben, die oft dann auch aus dem Motorradbereich kommen, weil die einfach richtig zu tun haben. Da will ich jetzt nicht um jedes Gramm kämpfen. Da will ich lieber ein paar Reserven haben und will ein stabiles Fahrzeug haben. Im Mountainbike-Bereich oder noch mehr im Rennrad- oder Gravel-Bereich, da spüre ich jedes Gramm. Jeder, der passioniert Rennrad fährt, weiß, wie viel Geld man ausgeben kann, um sich 100 Gramm Gewicht zu sparen. Das ist langsam auch im E-Biken angekommen. Also es gibt im E-Biken, würde ich sagen, ein bisschen so verschiedene Strömungen. Es gibt diese ganze Light-Assist-Richtung, wo man auch in den E-Komponenten versucht, einen Motor auf das nötige Maß zu reduzieren, den Akku auf ein nötiges Maß zu reduzieren, einfach um Gewicht zu sparen und um ein agileres, um ein performanteres Bike zu bekommen, was einfach ein geileres Handling hat durch das geringere Gewicht. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, wie leicht oder schwer ein E-Bike sein sollte. Das kommt auf einen Anwendungszweck an. Also wenn ich jetzt sehr, sehr weite Strecken fahren will, dann freue ich mich über einen etwas größeren Akku. Der wiegt auch mehr, aber das Gewicht nehme ich gerne in Kauf. Wenn ich jetzt wirklich nur Performance im Kopf habe, dann kann ich mit einem kleineren Akku vielleicht leben und freue mich über das Kilo, was ich mir an Gewicht spare. Vielen Dank.